Guten Tag, mein Name ist Konrad Hases, Präsident von Third Ecolon. Sie sind gutaussehend, erfolgreich, haben jede Menge Kohle und dennoch gibt es gewisse Personen, die ihr sonst so glückliches Leben verunstalten? Wollen Sie sie nicht loswerden? Heuern Sie dafür nicht irgendeinen Möchtigen Rambo an, der mehr Krach verursacht als eine Rakete in einer Feuerwerksfabrik. Einen Proleten, der die Schweinerei nicht mal beseitigt und dafür dann auch noch ein Vermögen berechnet. Sparen Sie sich Frust und Nerven. Kommen Sie zu Third Ecolon. Wir sind der Geheimdienst, den Sie suchen und unsere Aufträge werden immer zufriedenstellend erledigt. Wir stehen selbstverständlich für Diskretion. Ja, nimm das, ich kann dich. Sag mal, hast du gar keinen Schalldämpfer drauf? Ups, vergessen. Kann ich auf die Kronleuchter schießen? Was? Nein! Ja, hat's doch getan. Dezentes und humanes Vorgehen. Hey, lass mal Zielübungen an ihm machen. Halt ihn einfach schön still. Okay, aber wehe, du schießt mir wieder ins Knie. Ach, warte, halt doch still, ey. Tu ich doch. Lern erst mal zählen. Boah, du schießt wie ein Mädchen, ey. Selbstverständlich ist unser Team technisch hoch ausgebildet und mehr als kompetent. Diese verdammte Tür, er geht schon auf den Scheißteil. Boah, wie ist der Scheiß doch? Boah, ey, das kann doch echt nicht wahr sein. Ich, sag mal, ey, das ist doch totale Pferdepisse. Mach lieber das Licht aus, bevor wir reingehen. Okay. Was hast du denn da gemacht? Das Licht ausgemacht. Aber da drüben ist doch ein Lichtschalter. Ah. Mit im Gepäck für kleine Spionageaktionen unter der Tür verwenden wir keine überholten Kameras, sondern moderne Third Echo Smartphones, inklusive Spy App. Nicht im Handel erhältlich. Hm, ich glaube, er ist weg. Okay, ich gehe rein. Gib mir Deckung. Wart mal, ich habe eine Idee. Du sollst mich decken. Was machst du denn da? Wir haben einen Auftrag zu erfüllen, du Kinskopf. Sag mal, was machst du da? Haha, ich kann dich sehen. Hör auf mit dem Scheiß. Und natürlich hat die Mission höchste Priorität. Wetten, dass ich mehr Flaschen zerschießen kann als du? Pah, ich setze einen halben Euro. Gilt. Wer schießt hier wie ein Mädchen, hä? Boah, du kannst echt gar nichts. Guck dir das an. Werfe Granate. Ey, du scheiß Cheater, das zahle ich nicht. Na und ob, her damit. Sind Sie überzeugt? Dann rufen Sie jetzt an. Die Nummern sehen Sie unten eingeblendet. Die muss ich ja wohl jetzt nicht extra noch aufzählen. Third Ecolon. Wir können alles. Nur nicht richtig.